2 Schöne, sehr gutaussehende und sehr wohlklingende Special Guests hier vorne zu mir und zwar sind das Jessie und Flo für die Black Barons Herzlichen Applaus! 2 Schöne, sehr gutaussehende Musik 3 Schöne, sehr gutaussehende Musik 3 Schöne, sehr gutaussehende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 All right, Jesse We've been talking about Jackson Oh, hey, the sensor file went out here, we're going to Jackson I'm going to Jackson, I'm going to mess around, yeah, I'm going to Jackson, look out, Jackson town Well, come on, go 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 on Well, when I breeze into that city, yeah, people gonna strafe and bow. All of them women gonna make me teachin' what they don't know how. Yeah, we're goin' to Jackson, eternalism, Michael. Yeah, I'm goin' to Jackson, but it's all she wrote. Well, the love of you and Jackson, and I'll be dancing on a lonely air. And if you run like a scarlet home with your death within your legs, go on to Jackson. You're a big talker now, and I'll be dancing in Jackson. We have my chicken pet. Oh, now we got a man and a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talkin' bout Jackson, oh, ever since the fire. Oh, now we got a man and a fever, hotter than a pepper sprout. There's all we been talkin' bout, Jackson, oh, ever since the fire. Yeah! All right! Thank you, ladies and gentlemen. So interesting, I have to tell you, it was last year on the 4th Country Music Cruise. Black Bands, einige von euch werden es wissen, andere vielleicht nicht. Wir sind vor 10 Jahren gestanden, ursprünglich, als vier kleine Buben. Vier kleine Buben, die ein Draht hatten, eine Liebe zu Country Rockabilly Music. Und die vier kleine Buben sind unterwegs, sie haben tourt, vor 10 Jahren. Und mit der Zeit haben sich die Leute, wie es so ist, mit Studium und Arbeit, die Leute anfangen, eine Verflüchtung in alle Himmelsrichtungen. Und dann bin ich vor einer Wahl gestanden, weiter zu machen, oder sagen, es war eine schöne Zeit. Und ich bin ein ganz glücklicher Mensch, weil an dem Punkt, wo ich das noch entscheiden musste, ist bei mir etwas ganz Magisches passiert. Und zwar auf der letzten Country Music Cruise. Da ist mir jemand über den Weg gelaufen, der diese Liebe für die Country Music, für die Rockabilly Music teilt mit mir. und die steht heute vor euch auf der Bühne. Es ist mir ein ganz grosses Vergnügen, heute euch vorzustellen. Jessi! Applaus Und das zeigt doch, die Geschichte zeigt doch, dass auf einer Country Music Cruise, wenn man die Augen ein wenig offen hält, magische Momente möglich sind. Und vielleicht erlebt auch ihr auf dieser Country Music Cruise aus dem einen oder anderen in einem magischen Moment. In dem Sinne wünsche ich euch einen ganz wunderschönen Abend und ein unvergessenes Konzert mit dem Tobi Lucas Show. Merci! Applaus 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik I walk on to you, I will stand and see as far as the pain Baby's with me now, since I showed her how To lay her little hands in mine The good ever preached the sight to see A treasure for the poor to find If I needed, would you come to me Would you come to me for ease your pain If you needed, I won't come to you I will stand and see as far as the ease your pain Oh, 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 oh Oh, 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 oh SAYA Und das nächste Lied ist für mich der Anfang vor allem gewesen und darum werde ich es auch nie vergessen und ich will jetzt jede Show, die ich in meinem Leben spielen werde, dann werde ich das Lied aufführen. Heute haben wir den Tobi-Lukas-Beast auf der Bühne, wo es einzigartig pinken wird aufhören. Hier ist Flo und Jesse und der Tobi-Lukas-Show, der Grand-Tobi-Lukas-Show Tonight hier. Lassel! 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus